Halleluja, das Jahr ist fast geschafft, aber noch nicht ganz. Und bis dahin gibt es jeden Tag von uns eine gute Neuigkeit. In Singapur kann man jetzt im Restaurant so Chicken Nuggets Hühnerfleisch bestellen, die aus dem Labor kommen. Die US-Firma hinter dem Produkt Eat Just will damit der Umwelt und den Tieren helfen. Singapur ist somit das erste Land, das den Verzehr künstlicher Speisen oder künstlichen Fleisches erlaubt. Wir haben nicht nur die Waste zu haben, sondern wir haben keinen Waste. Wenn ich es aufs Sattetze aufs Sattetze ist, hat es bei far über meine Waste zu haben. Und ich würde wager, dass in ein Blind-Taste Testen, ich nicht wissen, die Unterschiede. Wir haben keine Waste. Wenn ich es aufs Sattetze aufs Sattetze, dann hat es über meine Waste zu haben. Und ich würde wager, dass in ein Blind-Taste Testen, ich nicht wissen würde. und wir wollen die Welt vermitteln. Es wird nicht nur auf uns selbst passieren. Ich denke, das ist ein sehr guter Startpunkt für viele andere Unternehmen um zu stecken und zu produzieren. Es ist wirklich spannend.